Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir auf dem Kronberg und haben heute unsere Klassenreise, genau. Wir sind heute am Hoden und klettern und gehen nachher bowlen. Und hier sehen wir, wir sind im Jakobsbad am Kronberg. Hier geht's lang und bis gleich. Wir sind gleich verraschend. Wie ihr seht, geile Kletterpark. Arial geht rundherum. Zipline von da bis da. Spektakulär. Anders hätte ich es nicht erwartet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen hier in Appenzell. Wir sind hier in Appenzell, außer Hoden. Es ist Innenroden. Ja gut, Innenroden. Und wir gehen hier eine Witze in der Stadt rumlaufen und Sachen essen. Ja, genau. Hey Andrin, du bist echt einfach nur random. Hä? Das ist nicht random. Andrin, du sitzt am Tisch. Was ist an dem Tisch so besonders? Ja gut. Kannst du dich? Ja genau. Na. 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 Na? Na. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020